Herzlich willkommen in unseren beiden Panel Sessions hier. Ihr könnt gerne etwas mit diskutieren. Wir haben ganz viel Futter und Stoff hier drauf stehen, aber falls ihr den Impuls habt, wo ihr sagt, Mensch, ich bin hier gerade im Raum, gibt es mir doch das Mikrofon, dann könnt ihr eine Frage reinbringen. Das gleiche gilt für die Online-Zuschauenden. Wir haben hier ein iPad. Ja, das Thema KI entwickelt sich im rasenden Tempo weiter. Täglich erreichen uns neue Meldungen zu Innovationen. Doch bevor wir blind links einfach in irgendwas hinein stolpern, einfach weil es möglich ist, sollten wir natürlich mal den Gedanken challengen, was wollen wir überhaupt bei dem ganzen Thema. Was für eine KI wollen wir entwickeln? Was sind die Spielregeln? Welchen Rahmen wollen wir miteinander erschaffen? Genau darum geht es hier in der nächsten Diskussionsrunde. Wir sind mittendrin beim Thema verantwortungsvolle KI, Fairness, Inklusion. Das sind alles Begriffe, die natürlich hier mit rein gehören, aber auch hatten wir heute schon Datenschutz und Transparenz. Im Prinzip wäre hier ein richtig guter Rat, lasst uns das doch mal in Ruhe überlegen, bevor wir da einfach so losrennen. Auf der anderen Seite haben wir folgenden Spagat im Handeln, nämlich, dass wir natürlich diese International Competitiveness irgendwie auch mitreiten müssen, diese ganze Welle und dass wir dort nicht den Anschluss verlieren. Die Frage ist, gewinnen wir vielleicht am Ende mit unserer moralisch-ethischen Reflexion oder sollten wir vielleicht doch eher ein bisschen Gas geben und Bedenken loslassen? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion dazu mit unseren beiden Gästen. Die erste ist verantwortlich für den Bereich Product and Platform Strategy beim EPI, also hier vor Ort Innovation Park, Artificial Intelligence. Der Player überhaupt hier im fantastischen Heilbronner Ökosystem. Für das Jahr 2027 ist auch ein 23 Hektar großes erweitertes Areal wieder angedacht. Wer jetzt schon wissen möchte übrigens, wie das Ganze aussieht, für den habe ich einen heißen Tipp, denn das Modell dazu könnt ihr dort vorne direkt, ach, könnt ihr dort vorne direkt, es winkt schon das Modell, könnt ihr dort vorne direkt mal begutachten und natürlich auch Fragen stellen. In diesem Sommer wird aber auch bereits erweitert und zwar in ein 6000 Quadratmeter großes neues Gebäude und der KI-Campus ist auch da ein hervorragender strategischer Partner. Wir sagen herzlich willkommen, Veronika Pruschatzka. Bitte schön. Unser zweiter Talkgast in der Runde ist Innovation Designer bei IBM, bringt einen ganz spannenden Studienhintergrund mit. Sie hat Psychologie und kognitive Neurowissenschaften studiert. Herzlich willkommen, Anna Helle. Das Schöne ist, lasst uns mal gucken, was ihr gemeinsam habt und was unterschiedlich bei euch ist. Das Gemeinsame ist natürlich, ihr habt beide eine sehr gute Erfahrung mit dem Thema verantwortungsvolle KI, worüber wir sprechen, ist also sinnvoll, dass ihr es mitbringt, aber ihr habt beide einen ziemlich unterschiedlichen Werdegang. Da würde ich gerne noch mal reinschauen, wie wichtig, um das Thema gut diskutieren zu können, ist denn, ich sag mal, die Vita, die ihr mitbringt und vielleicht könnt ihr uns da einen eigenen kleinen Einblick geben. In die Vita oder in die Relevanz der Vita? Ich sag mal, durch die Brille, durch die ihr schaut, durch den biografischen Hintergrund. Ja, sehr gerne. Also ich bin vom Hintergrund her Kommunikationswissenschaftlerin. Ich habe zunächst Medienwissenschaft, dann Kulturwissenschaft studiert, später dann eben Kommunikationswissenschaft. Das heißt, ich bin einerseits geisteswissenschaftlich, andererseits sozialwissenschaftlich ausgebildet. Und mit der Brille gehe ich natürlich durchs Leben und mit der Brille gucke ich auf Technologie, technologische Innovationen und nicht nur in Bezug darauf, was es mit unserer Gesellschaft macht, sondern was wir auch an Erkenntnissen aus der Sozialwissenschaft, aus der Geisteswissenschaft ziehen können, um Technologie zu entwickeln. Ich glaube, gerade beim Thema KI ist es wahnsinnig wichtig, Gesellschaft zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert, welche Mechanismen, welche Konstrukte es da gibt. Und dieses Wissen brauchen wir, um spannende Technologien entwickeln zu können. Und mit der Brille gucke ich auf KI. Dankeschön. Kurzer Einblick von dir, Anna. Ja, genau. Also wie du bereits gesagt hast, ich komme aus der Richtung der Psychologie und auch da habe ich das schon innerhalb des Studiums irgendwie erleben können. Also es gibt da ja eine sehr naturwissenschaftliche Ecke, eben der neurokognitive Bereich. Da habe ich mich am Anfang noch gar nicht gesehen. Also da bin ich wirklich mit der Zeit hingewachsen, dass ich immer mehr Interesse auch an dem Quantitativen versus Qualitativen hatte. Ich dachte auch eine Zeit lang, dass ich eher in die psychotherapeutische Richtung gehe. Also ich habe mir klinische Psychologie angeschaut, Arbeits- und Organisationspsychologie. Das waren meine beiden Schwerpunkte im Bachelor. Und genau. Und später dann eben das eher naturwissenschaftliche. Und diese Perspektive oder dieser Mix, den habe ich dann in den Bereich User Experience Research reingebracht, wo ich mich eben zuerst gar nicht gesehen habe, aber wo ich eben das zu schätzen, also sehr zu schätzen wusste, dass ich eben weiß, okay, manche Fragen kannst du nur mit der einen Technologie, Methode beantworten und manche nur mit der anderen. Also ist die Mischung oft die beste. Wir haben kurze Einblicke von euch erhalten und haben jetzt eine Frage an euch. Und zwar, wenn wir schon über das Thema verantwortungsvolle KI reden, was für euch da priorisiert ganz oben in der Debatte steht. Ich gebe euch mal drei Begriffe rein. Und wenn ihr sagt, jawohl, das ist so richtig, richtig wichtig für mich und nicht nur so lala, wichtig. Gebt uns bitte kurz ein Handzeichen. Erstens, verantwortungsvolle KI bedeutet für mich Energieeffizienz der Algorithmen. Hashtag Sustainability. Einmal Hand hoch. Für wen ist das so richtig wichtig? Okay. Dankeschön für das Feedback. Punkt Nummer zwei, Möglichkeit zwei, verzerrungsfreie Datenbasis. Meines Erachtens ein paar mehr Hände nach oben und Möglichkeit Nummer drei, Datenschutz. Okay, was würdet ihr sagen? Vielleicht bei drei das meiste? Bunt gemischt. Ja. Zwei oder drei. Okay, vielen Dank schon mal dafür. Ich spiele den Ball direkt einmal zu euch weiter. Was bedeutet es denn für euch und in welcher Priorisierung? Tatsächlich müsste ich darauf antworten, kommt drauf an. Ich glaube, das ist, also natürlich klar, Ressourceneffizienz, Energieverbrauch, das spielt dann eine Rolle, wenn wir über KI-Anwendungen sprechen oder eben die Entwicklung von KI-Basistechnologien, die eben sehr ressourcenintensiv sind. Ja, also da brauchst du ja schon eine gewisse Größe, sowohl der Daten, eine gewisse Menge der Daten, die du verarbeitest, als auch eine Masse an Anwendungen, die du hast. Ja, also insofern spielt Energieeffizienz nicht bei jeder Anwendung. Bei uns geht es ja immer um die Anwendung in den unternehmerischen Kontexten, in der Prozessoptimierung, natürlich auch in der Serviceinnovation. Das spielt ganz häufig nur nicht so die ganz große Rolle. Das wird erst in den kommenden Jahren kommen. Aber dann, wenn es kommt, kommt es dicke. Datenschutz, natürlich ein Dauerbrenner, immer ein wichtiges Thema. Wir beide hatten es auch gerade davon, gerade wenn es eben um Innovation geht, um neues Denken, kommt immer die Datenschutzkeule. Natürlich ist es wichtig. Aber ich glaube, es ist auch immer eine Frage, von welcher Anwendung sprechen wir, um dann sich genau angucken zu können, was verstehen wir unter verantwortungsvoller KI, in welcher Ausprägung, welche Relevanz hat es für die Lösung. Und insofern, unbeliebte Antwort, aber kommt darauf an, würde ich wählen. Ja, dann würde ich vielleicht noch was ergänzen zu dem zweiten Punkt, also zu der Datenbasis. Kommt auch wieder auf den Anwendungsfall an, aber ich glaube, da ist schon viel durch die Medien gegangen, also was das auch für eine Sprengkraft haben kann, wenn die eben biased ist, also wenn da Vorurteile drin verankert sind, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wie man da gegensteuern kann, weil da gibt es ja eben Möglichkeiten. Und je nachdem, in vielen Unternehmenskontexten ist es natürlich dann nicht mehr so relevant, aber in den meisten Anwendungen, wo eben Endnutzerinnen und Endnutzer betroffen sind, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben uns hier so im Verlauf des bisherigen Tages schon ein bisschen News totes Shit angeschaut, denn wenn wir über das Thema zum Beispiel Energie oder Transparenz sprechen, das, was wir jetzt gerade besprechen, ändert sich ja schon wieder sehr schnell und die ganzen Voraussetzungen dafür und die ganzen Spielregeln. Mit welchen innovativen KI-Systemen habt ihr denn gerade so zu tun und was begeistert euch da, ob national, international? Ja, Dauerbrenner, Gen.AI erfasst natürlich auch mich, erfasst natürlich auch uns bei ePy ganz intensiv. Was mich da momentan ganz besonders fasziniert und interessiert, sind multimodale Gen.AI-Tools, die Entwicklungen, die da in diesem Bereich momentan passieren und die Möglichkeiten, die damit entstehen, gerade wenn man es dann eben in Verbindung bringt mit Robotik, mit Mensch-Maschine-Interaktion. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich so besonders interessant finde, wenn es um die Interaktion mit dem Menschen geht, in unmittelbarer Art. Das finde ich total faszinierend und da bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommt und wie wir das in unser gesellschaftliches Leben, in unser Arbeitsleben auch integrieren werden. Wir haben ja gerade schon mal so eine Grobstruktur gegeben, was eine Responsible.AI ausmacht. Ich möchte das jetzt gerne eine Detailebene tiefer mit euch hier weben. Mit welchen Faktoren können wir denn Responsible.AI bestimmen, überprüfen? Also, da finde ich wieder, das kann man von jeder Disziplin anschauen, also von dem, wie ich arbeite mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Konkretes Beispiel. Ich gestalte in Workshops, in interdisziplinären Teams die Lösung, die wir bauen wollen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich einfach, dass wir, wir haben verschiedene Formate dafür, wo wir uns wirklich Layers of Effect zum Beispiel anschauen und sagen, okay, wenn wir das so machen würden, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Also, dass man versucht, vorauszudenken. Das ist natürlich keine Garantie, dass uns jeder mögliche Mist einfällt, der passieren könnte. Aber es hilft auf jeden Fall, den Blick dafür zu schärfen, weil ich denke oder die Erfahrung, die ich mache, es ist oft überhaupt nicht böse gemeint, da ist keine Boshaftigkeit dahinter, sondern es passieren einfach Dinge, die Leute nicht bedacht haben, was für Folgendes haben kann. Und gleichzeitig gibt es viele, ich habe Super-Jupiter-Notebooks gesehen für die Kollegen aus der Data Science, die sich eben, die dort in ihrer Arbeit das prüfen können, was sie mit den Daten machen können. Und IBM hat da eben auch ein paar Open Source Toolkits, unabhängig jetzt von der großen Lösung, die eben auch dann für Tech Engineers und so weiter zur Anwendung kommen können. Und auch nochmal, ich gucke einfach mal zwischendrin hier immer in den Saal rum. Wenn ihr eine Frage habt, hebt einfach die Hand, da vorne haben wir unser Mikrofon. Wunderbar. Dann lass uns doch mal über Zertifizierung sprechen. Wie könnte das aussehen in einer idealen Welt? Ich würde da gerade auf das, was du eben auch gerade gesagt hast, nochmal anschließen und aufbauen wollen. Also was ihr ja letztlich tut, so wie ich es verstehe, ist, ihr habt eine Vorgehensweise, die ist übertragbar. Also eine Art und Weise zu reflektieren, welche Gefahren könnten entstehen. Ich glaube, dass das auch zwingend notwendig ist. Bei der Pluralität der Anwendungsfälle, der Technologien, die man hat, kann man ja nur schwerlich sagen, Mensch, da gibt es jetzt diese drei, vier, fünf Checkpoints, die musst du abhaken und dann bist du safe, dann ist es zertifiziert, dann passt es. Sondern das ist ja auch immer eine Frage von dem Anwendungsfall. Also nehmen wir nochmal das Beispiel mit den Verzerrungen in den Daten. Wenn wir uns über eine Anwendung Gedanken machen würden, die in der Juristerei zum Einsatz käme, dann ist Verzerrung von Daten einfach unfassbar wichtig. An anderer Stelle ist es vielleicht nicht ganz so relevant, wenn ich mir über Anwendungen im produzierenden Gewerbe Gedanken mache oder da liegen Verzerrungen vielleicht auf völlig andere Art und Weise vor. Insofern wäre meine Hypothese, dass wir einerseits Vorgehensweisen brauchen, Leitfäden gibt es ja beispielsweise auch von der Europäischen Kommission, aber auch welche, die vielleicht elaboriert, dass wir noch weiter darüber hinausgehen, wo es letztlich um die Reflexion des Prozesses geht, also wo man wirklich, wo es um den Entwicklungsprozess geht, wie entwickle ich eine KI-Anwendung, eine Lösung, wie komme ich von A nach B, um dort zu reflektieren, wie ist die Vorgehensweise, was ihr ja letztlich genau tut mit den Fragen, die ihr stellt, mit den Methoden, die ihr anwendet. Und das andere ist dann aber nochmal anzugucken, wenn ich dann am Schluss als Ergebnis dieses Prozesses eine Lösung habe, wie robust ist die, wie verlässlich ist die. Und das sind dann Kriterien, Arbeitshypothese, die kann man zertifizieren, da kann man absichern und davor ist es eher ein Standard für den Weg dorthin, um sich eben genau das bewusst zu machen, wo lauern Gefahren und wie kann ich die mitigieren. Und wer hat welchen Hebel eben auch. Also ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt, also Prinzipien, die wir haben, wenn ich jetzt an Transparenz denke, also du musst wissen, wie ist die KI gebaut worden. Erklärbarkeit, du musst verstehen, welche Erkenntnisse die KI gezogen hat und warum. Und das vor allem auch, wenn du kein Data Scientist bist, ja, das müssen die Endnutzerinnen und Endnutzer verstehen. Und Robustheit ist auch dabei, eben Fairness und da gibt es eben im Design zum Beispiel viele Hebel und da sind eigentlich auch nur User-Tests das, was mir am Ende des Tages sagt, ja, ich habe einen guten Job gemacht, weil die verstehen das jetzt. Ein Beispiel war, ich habe an einem Projekt mal, da haben wir daran gearbeitet, was machen wir eigentlich, wenn Banking-Kunden eine KI verwenden möchten, um zu entscheiden, ob du einen Kredit kriegst oder nicht. Und auf Basis von historischen Daten, das war in den USA, hättest du da als Person of Color oder Frau ziemlich schlecht ausgesehen. Und dann eben die Frage, aber wie würdest du das, also wir haben tatsächlich rumgespielt, wie würde es jetzt von Design-Seite die Interaktion kommunizieren, warum du keinen bekommen hast? Geht nicht. Was macht, genau, was muss die Data-Science-Seite machen, damit die Daten da sauber sind und so weiter. Also das einfach dann bei der Lösung alle schauen, wie sie ihre Hausaufgaben machen können. Du hast jetzt ein paar Fragen schon benannt, die man sich da stellen kann. Lass uns noch mal auf diesen Methoden-Baukasten schauen. Kannst du uns da einen Einblick geben, so ein Beispiel, wie er methodisch auch herangeht? Also wie lange dauern Prozesse, wie viele Menschen sind beteiligt und wie ist die konkrete Methodik dahinter? Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, in welcher Abteilung, aber also in meiner Abteilung, wir müssen sehr schnell sein. Wir machen nur Prototypen, einfach um was auszuprobieren und quasi entwickeln eine Lösung technologieagnostisch erstmal. Was muss passieren, damit es irgendwie einen Wow-Effekt hat und dann gucken wir, was hat IBM im Portfolio, mit dem wir das bauen können. Und wenn der Prototyp dann gut ist, hoffentlich möchte der Kunde das dann fertig bauen und das machen dann andere Kolleginnen und Kollegen. Und in meinen Teams sind wir idealerweise während der ganzen Bauzeit sozusagen, der Piloten auch in Co-Kreation mit den Kunden. Also die bleiben drin. Ich schnappe mir User, die ich idealerweise schon im Workshop kennengelernt habe, zu Tests in der Zeit, um eben auch sowas abzuprüfen. Okay. Genau. Gut, jetzt möchte ich mal diesen Elefanten, den ich angeteasert habe, der hier einfach im Raum steht bei der ganzen Debatte mal benennen und zwar Hashtag international. Du lachst schon. Wir stehen ja quasi zwischen den Stühlen. Ist es jetzt so, glaubt ihr, das nimmt ein gutes Ende, weil es toll ist, dass wir uns zu Responsible AI committen oder wird uns das nachher nochmal ungünstig durchs Hintertürchen reinkommen? Ist das der Hinkefuß? Auch da wieder kommt drauf an, kommt drauf an, was wir... Ja, dann lass uns mal die verschiedenen Szenarien gerne... Ja, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, was wir aus der Situation, die wir jetzt vorfinden, machen. Also ich glaube, was wir uns bewusst machen müssen, ist, wir sind in Europa nicht die Einzigen, die sich Responsible AI auf die Fahnen schreiben, die sich mit Secure AI, Safe AI, Explainable, mit all dem... In Europa? In Europa sind wir auch nicht die Einzigen, also mit Europa sind wir nicht die Einzigen. Sondern da gibt es international, wenn man sich das mal anguckt, wirklich eine ganze Menge an Gesetzen. Es gibt quasi kaum ein Land, das kein einzelnes Gesetz zumindest hat, das sich mit KI auseinandersetzt. Auch Player wie die USA bringen hier Gesetzgebungen und Regulierungen auf den Weg. Wir sehen Diskussionen in China, wir sehen Diskussionen bei den Vereinten Nationen, bei den G7, bilateral, multilateral, also jeder befasst sich mit dem Thema. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal bewusst machen, wir sind nicht die Einzigen. Was wir an USP haben, ist, dass wir in Europa ein wirklich großer Wirtschaftsraum sind. Über 300x Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, die sich mit dem EU AI Act alle zu einer Art der KI-Regulierung Committed haben. Ich glaube, das ist speziell und ich glaube, das ist ein wirklicher USP, aus dem wir was machen können, aus dem wir was schöpfen können. Das kann ein wirtschaftlicher USP sein. Wir müssen den aber auch nutzen. Also jetzt einfach nur zu sagen, wir machen ja verantwortungsvolle KI und machen dann erstmal gar nichts, ist auch nicht besonders verantwortungsvoll, weil dann machen es andere. Vielleicht nicht mit den Werten oder mit den Gedanken im Kopf, die uns besonders wichtig sind. Und insofern verpflichtet uns das in Summe eher, zu sagen, dass wir jetzt aus dieser Situation, wie wir sie haben, aus dieser Regulatorik, wie sie jetzt eben gestaltet wurden, auch wirklich was machen und auch wirklich KI in die Anwendung bringen, weil sonst bringt einem auch der Gedanke der verantwortungsvollen KI nichts. Total nachvollziehbar. Habt ihr Ideen, wie wir es zu unseren Gunsten nutzen könnten? Also was sind die To-dos, die wir uns konkret auf die Fahnen setzen können, um das zu erreichen? Also wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir uns 100 Kriterien überlegen oder noch mehr, um sämtliche Dimensionen von verantwortungsvoller KI, von Energieverbrauch, über Datenschutz, also alles, was da drin steckt, was wichtig und richtig ist, in Kategorien zu fassen, die wir abprüfen können. Ich glaube, wir sind in Deutschland wirklich gut darin, Dinge abzuprüfen und sie korrekt zu machen und sie gut zu machen. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es nicht gut, es möglichst genau zu machen, sondern eben, was ich sagte, wie ihr ja auch arbeitet, einen Prozess als solches abzusichern über Standards, die aber einfach gehalten sind und die dennoch nicht im Keim ersticken. Und ich glaube, das ist ein echter Spannungsbogen, ein echtes Spannungsfeld. Und da jetzt einen Weg durchzufinden, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich würde noch hinzufügen vielleicht, dass man es, also als Unternehmen könnte man es auch ein bisschen verstehen als eine Möglichkeit, geschützt zu werden vor. Es gibt ja genug Fälle von, ne, ich probiere was aus, ich innoviere und dann habe ich eine massive Berufsschädigung. Oder ich mache mich irgendwie verletzlich für Gerichtsverfahren. Also dass Unternehmen, die irgendwie laut schreien, nein, so kann ich doch nicht arbeiten, irgendwie auch das sehen. Okay, vielleicht geht es halt dann irgendwie nicht in den allergrößten Schritten. Aber dass sowas passiert, ist einfach sehr, sehr viel unwahrscheinlicher. Und damit 85% der Befragten in der Studie von unserem Institute of Business Value haben tatsächlich gesagt, sie sehen es langfristig als Wettbewerbsvorteil. Weil ich denke auch, also es ist jetzt meine persönliche Theorie, GDPR war ja auch der Aufschrei so groß. Und wir haben aber gesehen, wir haben einen Hebel als Europa. Also alle, ich arbeite für ein amerikanisches Unternehmen, die sind alle die ganze Zeit, ja, wenn wir es für die Europäer so bauen müssen, dann bauen wir es doch für alle so. Weil du willst ja auch nicht zweimal die Arbeit machen. Also das glaube ich, diesen Hegemonieblick können wir vielleicht auch ein bisschen runterschrauben und ja. Okay. Lass uns daraus doch direkt mal ein Stimmungsbild holen aus dem Publikum. Wer glaubt denn, Responsible AI wird unterm Strich für uns die Karten spielen? Pro. Okay. Einmal Gegenbeispiel, wer sagt, das ist ein Hinkefuß, da sind wir international da nicht gut aufgestellt. Dankeschön. Jan, warum? Haben wir ein Mikrofon? Ganz kurz mal. Mikro? Kommt. In Lichtgeschwindigkeit. Es ist immer gut, wenn ein paar Leute im Publikum kennt, die man dann kalt anspricht. Bitte Jan. Wir vergessen, die Hand zu heben. Alles gut. Wir spekulieren darauf, dass wir in Europa immer weiterhin ein relevanter Markt sind. GPAT sagt, wir sind relevant, deswegen wurde es genommen, IBM als Beispiel oder viele andere Cases auch. Die Frage ist, bleibt das so? Da würde ich jetzt mal eine Fragezeichen dran machen. Wieso? Wenn ich rüber gucke in den asiatischen Raum, Indien, China, wenn ich nach Brasilien gucke, das sind Märkte, die für viele viel, viel interessanter werden als der europäische Markt. Ich möchte jetzt nicht vergleichen mal zu dem Automotive und vielen anderen Pharma, sehen wir schon, dass wir da nicht mehr die Relevanz haben. Deswegen ist die Frage, neben der Wette auch, das hat Relevanz, deswegen übertragen die Unternehmensautomannschaft alle anderen, also wir sind führende in dem Bereich, brauchen wir noch eine andere Relevanz, die dort stärker ist. Und dann die Frage an euch, welche wäre das? Dankeschön für deine Frage. Ja, also ich versuche nochmal das Argument zu verstehen. Also habe ich es richtig verstanden, dein Argument war, es gibt andere Märkte mit mehr Konsumentinnen und Konsumenten oder meintest du andere Märkte, aus denen mehr Innovation herauskommt? Beides. Beides? Ja. Also, dass aus anderen Märkten mehr Innovation kommt, das ist ja genau der Druck, den wir spüren. Also wir fühlen uns ja so eingequetscht zwischen USA und China. Insofern, die Gefahr ist real. Und wenn wir jetzt nichts tun und wenn wir einfach verharren und in Schockstarre verbleiben, dann sind wir irgendwann mal nicht mehr relevant. Das ist klar. Wollen wir alle nicht, müssen wir dagegen arbeiten. Mein Argument wäre, wir können dagegen arbeiten, weil wir eben auch wirklich schlaue, hervorragend ausgebildete Leute haben. Natürlich haben das andere Regionen in dieser Welt auch, aber wir müssen uns auch nicht verstecken. Ich glaube, wir müssen nur aus dem Quark kommen. Die Kompetenzen sind da. Die Regulatorik kann ein Wettbewerbsvorteil sein, eben wie wir es beim Datenschutz auch erlebt haben. Aber jetzt einfach nur da sitzen und warten und nichts tun wird uns da nicht hinbringen. Ja. Bitte, du wolltest was ergänzen? Oder hast du Luft geholt? Sonst hätte ich direkt eine nächste Frage. Ich sehe es auch, ich weiß, das ist vielleicht eher ein ganz persönliches Ding, aber manche von den politischen Systemen dort, wenn es darum ginge, würde ich tatsächlich da auch gerne nicht unbedingt leben wollen. Also ich denke, das sind schon auch Kompromisse, wo man überlegen muss, welchen man eingeht. Und genau, das wollte ich nur hinzufügen. Also wenn der Preis für Innovation eine Einschränkung der Freiheit ist, genau, finde ich schwierig und hoffe, genau, würde sonst eher, glaube ich, dir zustimmen. Wir nähern uns dem Thema durch so einen gewissen Trichter an. Jetzt möchte ich den nochmal ein bisschen verdichten auf das Thema Hochschule und es hier in die Mitte des Tisches legen. Hochschulen können ja wirklich eine tolle Schlüsselfunktion hier übernehmen. Sei es, ich sage mal, Nachwuchs auszubilden, sei es Forschung, Transfer, Anlaufstelle zu sein. Was seht ihr für Szenarien, wo Hochschulen dieser Verantwortung zu aller Gunsten gerecht werden könnten? Ich sehe da vor allem zwei Ansätze oder zwei Bereiche. Also das eine ist ja die universitäre Lehre. Ich glaube, in der universitären Lehre ist es besonders wichtig, Neugierde zuzulassen, Neugierde zu fördern. Nicht nur zuzulassen, das reicht nicht, Neugierde zu fördern. Jeder Mensch ist grundsätzlich neugierig und unser Bildungssystem sollte das eben unterstützen und fördern. Und zugunsten der Neugierde vielleicht auch mal bei der einen oder anderen Inkonformität mit Regeln ein Auge zu drücken. Also gerade wenn wir jetzt hier über Gen-AI in der Lehre oder in der Prüfungsvorbereitung, in der Prüfungssituation sprechen. Ich glaube, das sind aber die Universitäten heute schon ein ganzes Stück weiter als vielleicht noch vor drei, vier, fünf, sechs Monaten. Ich glaube, da tut sich richtig was. Das andere jetzt ganz konkret bezogen auf KI ist noch immer in meinen Augen der Punkt Interdisziplinarität. Ist ein Begriff, den, weiß ich nicht, seit 20 Jahren wird er durchs Dorf getrieben. Ich glaube, er ist immer noch wichtig oder gerade wichtig bei KI. Du bist eingestiegen, mit welcher Perspektive gucken wir drauf? Wenn wir heute über KI diskutieren, dann denken wir, glaube ich, dabei sehr häufig an Mathematik, Informatik, Physik, Logik. Ich bin aber eben auch davon überzeugt, dass wir KI-Technologien nur dann weiterentwickeln können, wenn wir Mensch sein, wenn wir Gesellschaft, wenn wir Denken besser verstehen. Und dafür braucht es die Psychologie, die Neurowissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, die Philosophie, wo wir uns eben mit Fragen auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich Denken? Was ist Kontext? Wie kommt es zustande, dass wir als Mensch was sagen, was anderes meinen und mein Gegenüber manchmal das auch versteht? Und nur wenn wir diese Fragen klären, kommen wir bei der KI eben auch einen Schritt weiter. Und insofern würde ich bei den Universitäten dafür werben, gerade wenn es um KI geht, nicht nur an die Technikwissenschaften zu denken, sondern eben auch zu begreifen, zu fördern, dass eben auch die Sozial- und Geisteswissenschaften einen großen Beitrag leisten können. Ja, und zusätzlich dazu würde ich mir da irgendwie noch mehr Verzahnung wünschen. Also wenn ich so im Kleinen daran denke, ich habe vor über einem Jahr einen Vortrag von einem Kollegen aus der IBM-Forschung gehört und habe den angeschrieben und seitdem treffen wir uns einmal, manchmal alle zwei Wochen, je nachdem wie viel Zeit wir haben, einfach zum Austausch. Weil ich sage ihm, du, was ihr da jetzt für ein Paper veröffentlicht habt, was hat denn das für Implikationen für unsere Arbeit? Wie wenden wir das denn überhaupt an? Bei ihr sammelte Erkenntnisse, aber was passiert denn damit? Und wie kann ich das denn irgendwie sinnvoll anwenden? Und umgekehrt sage ich ihm, du, weißt du, was es eigentlich bräuchte, wäre dieses und dieses und dieses. Weil ich rede mit den Kunden und ich kriege das irgendwie mit, was uns da in der Arbeit fehlt. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir das schön vorstellen im Großen tatsächlich, also dass mehr, klar, Grundlagenforschung muss auch sein, aber vielleicht mehr informiert wird aus der Wirtschaft und dass irgendwie ein besserer Loop zur Zusammenarbeit wird. Okay, also interdisziplinär rangehen ist das eine, Communities ist das andere. Wie ist das mit dem regulatorischen Rahmen? Was würdet ihr euch wünschen? Oder vielleicht auch vom politischen Framing oder Dialog an der Stelle? Gibt es da etwas, was ihr euch auf die Liste setzen würde? Wir diskutieren das momentan bei uns intern auch richtig intensiv. Gerade heute haben wir auch dazu wieder gesprochen. Jetzt wird es spannend. Ja, ich glaube, was es braucht, ist vielfach ein Denken in Szenarien und ein Denken in Risikoabwägung. Ja, und das ist etwas, also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema in der Wissenschaftskommunikation. Wenn wir an Corona denken, ja, wie gehen Menschen mit Risiken um, mit Wahrscheinlichkeiten? Ich glaube, das ist etwas, was man gesellschaftlich lernen muss, erlernen muss, wo auch Universitäten ihren Beitrag dazu leisten können. Aber Risiken wirklich in solchen zu denken und zu verstehen, das sind Abwägungsprozesse. Das würde ich mir wünschen in der Politik, in der Gesellschaft und natürlich auch in der ganzen Technik-Innovations- Community. Also, dass man mehr auch dann Risiko eingeht, meinst du, wenn es? Ja, am Ende des Tages, ja, würde ich mir das wünschen. Aber überhaupt sich mal darüber bewusst zu sein, dass die Dinge nicht schwarz oder weiß sind, sondern dass es ganz viel Grau dazwischen gibt und man sich die Frage stellen muss, wie viel Risiko bin ich bereit, an welcher Stelle einzugehen, wissend, dass es schief gehen kann. Aber was bin ich bereit zu machen? Okay. Schnellrinde, vielleicht zur Antwort in ein, zwei Sätzen. Gibt es eine Checkliste für AI? Ich weiß, du hast gerade gesagt, oh Gott, keine Checkliste. Trotzdem, wie Frage haben wir hier drin? Irgendwas, was man verlinken kann, empfehlen kann? Ja, von der Europäischen Kommission Leitfaden für Responsible AI-Entwicklung. Ich glaube, 2018 oder so. Schon eine Weile alt, aber hilfreich. Und dann, ja, noch ein Tipp? Also es gäbe noch das NIST-Framework, wenn man sich das Pendant dazu aus den USA noch anschauen will, fällt mir spontan noch ein. Okay. Ja, oder IBM, aber ich will jetzt nicht immer diese Fahne schwenken. Also wir haben auch einen AI-Ethics-Bereich, wo es eben so Factsheets gibt und so weiter. Also je nachdem, ob es ein technischer oder Business-User ist. Dann haben wir hier die Frage, wie definiert ihr Responsible? Wir hatten das eben schon, aber hier möchte jemand nochmal nachhaken. Geht es um Ethik-Werte-Normen? Das sind Werte, die nicht alle, aber doch teilweise sehr kulturbezogen sind. Ja, fair enough. Muss man dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen? Wie lösen wir das? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe gerade einen Vortrag gehört vor ein paar Wochen von jemandem, der es unter dem Aspekt von indischer Philosophie betrachtet hat. Und das fand ich sehr spannend und eben auch, es gibt gemeinsame Nenner. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn wir sowas, wenn wir einen gemeinsamen Konsens finden wollen für KI, müssen sich auch alle gehört fühlen. Also warum sollte sonst jemand anders darauf hören, wenn wir wieder mit unseren westlichen Ideen kommen? Und ich denke schon, dass sich dann da ein gemeinsamer Nenner finden lässt. So wie sich KI derzeit entwickelt, wir haben auch dieses Stichwort der Transparenz in dieser Debatte mit drin. Glaubt ihr, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir KI weiter nachvollziehen werden können in den Entscheidungen und dass es dort transparent ist? Wie ist eure Einschätzung oder meinetwegen auch nur euer Guts-Feeling? Also wir sprechen immer ganz viel von der KI. Wenn man sich jetzt mal, ich habe vorher auf multimodale Gen AI referenziert, wenn man sich mal anguckt, also jetzt mal ganz platt gesprochen, ein Teil des Modells konzentriert sich auf Bilder erkennen, ein Teil konzentriert sich auf Text erkennen. Da drin stecken wieder viele, viele, viele kleine Bausteine. On top kommt ein Layer, das die beiden Bereiche miteinander verbindet und dann gibt es noch ein Interface zum User, der irgendwas mit dieser Anwendung macht. Das heißt, wir haben an allen, und das ist jetzt eine maximale Vereinfachung, das heißt, wir haben hochkomplexe Systeme, die aus vielen Bausteinen bestehen, wo sich ja immer wieder, also in jedem Baustein die Frage stellt, wie kam der zustande? Und ja, ich glaube, wir sollten den Wunsch haben, das Ziel haben, die Gestaltung transparent, also transparent zu gestalten, nachvollziehbar zu gestalten und gleichzeitig glaube ich, dass wir an den Punkt kommen werden, zumindest als die unbedarften Endnutzerinnen und Endnutzer, wo das unsere Einblicke übersteigt und wo es dann auch einen Rahmen braucht, wo man vertrauen kann, begründet vertrauen kann, ja, weil man einfach klare Leitplanken hat, auf die man sich verständigt und innerhalb dieser Leitplanken aber Vertrauen braucht, weil die Komplexität anders nicht beherrschbar wäre. Wir haben noch eine Minute Ergänzung von dir. Wenn du ihr zuhörst, noch irgendwas, was dir durch den Kopf geht? Ne, habe ich jetzt eigentlich... Ne? Ich bin wieder entfallen, ich hatte gerade was auf der Hälfte der Strecke, aber jetzt ist es... Weil ich habe dich gerade noch so nachdenken... Also ich denke schon, dass es komplexer wird. Ich denke, es wird auf jeden Fall schwieriger. Ja. Ich denke eher an so, also was ich gerade viel verfolge, ist Neurosymbolic AI, also dass man halt sagt, okay, Large Language Model haben eben auch ihre Grenzen in Bezug auf zu verstehen, was dahinter steckt und wer weiß, vielleicht gibt es da dann eben eine Chance, wenn die KI mehr von der Semantik dahinter versteht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Veronika und Anna.